ja servus zusammen willkommen zu dem video so ich fahre jetzt dann zum bogengang nach ungarn und ich bin dann jemand ich nehme gerne ein kleines geschenk mit für meine gastgeber und da habe ich jetzt vielleicht wieder was für euch was für euch interessantes oder auch als kleines geschenk für andere und wie ihr wisst habe ich ein bisschen mit wolfgang zusammen und wie ihr wisst habe ich ein bisschen mit ohne wolf zusammen und die haben jetzt wieder was neues herausgebracht und zwar gibt es das telum und das nigrum im baukasten system das sind wieder zwei klappmesser und die lassen sich in verschiedenen farben zusammenstellen und so individuell für einen herrichten da haben wir einmal das telum jetzt seht ihr ein schönes stabiles messer was im übrigen auch fürs nigrum gilt das ist von der macher her ein bisschen graziler ihr seht hier schon mal einen kleinen unterschied wie man das ganze auswählen kann hier habt ihr einen kleinen nagelhau und bei dem hier ist ein großer nagelhau was euch beim aufziehen hilft aufgrund der größe und der bedienbarkeit sind die messer bei uns legal führbar die klingenlänge ist unter 12 cm also gibt es keine probleme das einzige leute eine gesetze halten keine veranstaltungen mitnehmen et cetera pp das was unsere politiker nicht wissen sollten zumindest wir wissen also von dem her gibt es aber keine probleme noch keine probleme und ich hoffe das bleibt auch so ja wie gesagt das ist immer ganz besonders die messer kommen in so einer kleinen tollen verpackung da können sie es auch viel weiter verschenken was auch ganz meint ist es ist immer ein paracord mit drin und ein putztuch und was ich bei odenwolf auch ganz schätze in jeder schachtel noch so ein flyer dass sie die deutsche krebshilfe die deutsche kinderkrebshilfestiftung unterstützen und da ein bisschen was tun wird dazu bekommt ihr natürlich auch was wo sie die messer reintun und transportieren könnt ihr könnt ihr zwischen einer kaydekscheide mit tech lock oder einem leder einfach lederscheide auswählen da könnt ihr das ganze dann schön reinschieben und was auch ganz smart ist ab 75 euro bestellwert gibt es ein undikmesser und ab 100 euro bestellwert gibt es ein w-baukasten noch für euch mit gratis dazu natürlich mit dem code tom10 nochmal zehn prozent obendrauf also da habt ihr jede menge möglichkeiten euch jetzt zusammenzustellen und dann noch mal richtig abzusonnen mein hauptbeweggrund ist jetzt dass ich das da damit dabei habe ich werde das jetzt mein pischführer oder meinem berufsäger der mich da ein bisschen begleitet noch machen das sind immer schöne mitbringsel und da freut sich immer jeder drüber weil ich glaube wenn ein jäger 1 immer ausgeht dann ist es ein messer und ich muss sagen ich selber habe auch jede menge davon ja ich glaube damit könnt ihr meinen oder anderen vielleicht eine große freude machen so das wäre es jetzt schon so dem ganzen ich nehme das teil jetzt mit pack meine sachen und dann geht es auf richtung ungarn und was bei der bogen ja passiert ist jetzt in einem separaten video bis dahin bleibt man sein euer tom